WDR mediagroup GmbH Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Alle Teams Funkgeräte prüfen. Razer 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. Hier ist 3-1 verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundär ziehen. 3-1 nimmt Position an der Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn Sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, Verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird Sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lang nicht gesehen, Anderson. Vance, wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. Wir warten! Wir warten hier! Wir warten auf den Listen. Wir warten dann. Das ist gut? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Bekwere alle Posten. Natürlich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Razor 3-2 in Position. 3-2, ich beobachte dich. Roger Unterstützung. Wir stehen bereit für dein Signal. Finde unseren Mann, Anderson. Observiere das Gebiet 3-2. Hier sind verschiedene Gebäude, die potenziell das Ziel enthalten können. Ich bin dran. Das ist ein Gebäude, das wie ein Restaurant aussieht. Oder zumindest war es mal eins. Vier Männer vor Ort. Aber sie scheinen niemanden speziell zu beobachten. Eine Geisel wäre besser bewacht. Die Jungs sind Profis. Schau woanders. Ich sehe die Jacht in der Anlegebucht. Sieht ruhig aus. Die haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Eine Mi-17 am Hubschrauberlandeplatz. Vier Ziele in Sichtweite. Aber keine Zielperson zu sehen. Over. Verdammt. Bingo. Bestätige die Lage der Zielpersonen. Großes Apartment mit Glaswänden. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razor? Positiv. Erlebt aber. Sie bearbeiten ihn. Empfehle sofortiges Eingreifen. Alle Teams grünes Licht für Angriff und Sicherstellung der Zielpersonen. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffen bereit, Männer. Macht euch bereit. Wir mischen die Party auf. Auf dem Weg zum Apartment habe ich verschiedene Engpässe identifiziert. Ich würde koordinieren, sobald ihr darauf trefft. Verstanden. Wir sind an Land. Vorwärts zum ersten Engpass. Keller, wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, können wir mehr Fläche abdecken und fallen auch nicht so auf. Gute Idee. Nikos, du gehst mit Dias. Komm jetzt mit mir. Wir umstellen das Apartment von beiden Seiten. Kontaktpatrouille kommt aus dem Bootshäuschen. Nikos, mir nach. Anderson, nicht schießen. Wir sollten so leise wie möglich sein. Wir sind bereit. Wir haben die lange Treppe erreicht. Ein Scharfschützer auf dem Gebäude wirft ein Auge drauf. Macht ihn ruckzuck platt. Aber verstanden. Direkter Treffer. Die Treppe hoch. Beeilung. Rücke vor. Okay, Pitstop. Ich sehe zwei Ziele. Das auf der Terrasse ist zu verdeckt. Kannst du ihn übernehmen? Ja, ich nehme den unten. Na klar. Ziell. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. In drei. Zwei. Eins. Stufen. Perfekt, wir sind bereit. Razor 3-2. Unser Vorring ist gefährdet. Zwei Scharfschützen sind am westlichen Teil der Insel. Auf dem Dach. Ich kann dem nicht vor der Nase herumlaufen. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Ziel 1 eliminiert. Jetzt die zweiten anpeilen. Beide Feinde neutralisiert. Was für eine Riesenscheiße. Zwei Feindgruppen oben und unten. Fünf insgesamt. Die oben haben Priorität. Wir stehen bereit für deinen Einsatz. Abschluss bestätigt. Und jetzt den zweiten. Alle ordentlich unter den Teppich gekehrt. Verstanden. Wir können dasselbe mit den anderen machen. Dein Ziel ist auf dem Boot hängen. Verdien dich. Bereich ist frei. Roger, weiter geht's. Hier ist Diaz. Sind am Hubschrauberlandeplatz. Anderson, drei Ziele für dich. Wir sind in schlechter Position. Diesmal bist du allein. Versuche einen Doppeltreffer zu landen oder warte, bis sie sich den Rücken zudrehen. Roger. Guter Schuss. Vorsicht, Hubschrauberpilot, schnüffelt rum. Hab ihn. Okay, südlicher Weg, sauber. Letzter Engpass. Wir brauchen Hilfe mit dem Typen im Gebäude. Er schaut auf den Hof. Wir können ihn da nicht gebrauchen. Er muss weg. Abschuss bestätigt. Schalte einen der Soldaten aus die gerade Reden. 3-2. Ich bin dran. Guter Schuss. Ziel linke Seite. Scheiße. Machen alle, bevor ihr jemanden alarmiert. Wir sind bereit zum Angriff. Diaz, wie läuft es bei dir? Ah, okay. Wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie nicht dezimieren, bevor wir reingehen, sehen wir alt aus. Ich hab ne Idee. Aber einen großen Kraftstofftank am Hubschrauberlandeplatz ist spät. Du hast ein paar Claymores, oder? Ah, darauf willst du ihn aus. Wir vermieden die Treppe und machen dann ein bisschen Alarm. Keller? Hört sich nach einem Plan an. Wir hauen rein, sobald die Mienen hochgehen. Okay, Cole. Du führst an. Die Show beginnt auf deinem Zeichen. Guter Schuss. Und auf geht's. Abwarten. Strike, die Show beginnt. Los, los, los. Auf mein Kommando. Diaz mir nach. Vorrücken. Ihr werdet beschossen, Cole. Eröffnet das Feuer auf Sie. Enderson, Angriff. Angreifen. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Erster Stock ist sauber. Vorrücken. Komm, es gibt in Deckung. Feind rechts. Sauber. Zweiter Stock sauber. Keine Geisel in Sicht. Los, los, los. Ziel in Sicht. Anderson, wir haben ein Problem. Die Geisel hat eine Waffe am Kopf. Warte. Die versuchen, den Söldner für dich rauszujagen. Okay, verstanden. Du bist umzingelt. Waffe weg und ich verspreche, dass dir nichts geschieht. Hände hinter den Kopf unsichtig, du Mutag. Denkst du, ich bin Brett? Ich bin Brett. Hier drei. Wirf die Waffen weg. Wenn dir näher kommt, ist der Tor. Schalt. Keinen Schritt weiter. Leg dein Gewehr langsam auf den Boden. Glaub bloß nicht, dass es dir helfen würde, wenn du das versuchst. Lass ihn. Habt ihr einen von uns? Er ist in schlechter Verfassung. Uniformen Medivac wird angefordert. Verstanden. Helikopter geht jetzt hoch. Kannst du Infrarot nutzen, um ihn zu lotsen? Bestätigt. Gute Arbeit, Teams. Keller, Sie und Ihre Männer sichern die Position und warten auf unseren Vogel. Wir werden auch Nachschub und zwei zusätzliche Einheiten schicken. Anderson, gehen Sie voraus und säubern den Weg zum Hotel. 3-1 wird den Treffpunkt per Funk durchgeben. Ich bin dran. Gute Show, Anderson. Gleichfalls. Bis später, Jungs. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resort-Bereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Wunderschweinig zu überlegen. Wunderschwein. 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 Er war da, wie ein Mensch, aber mit einer Kuschel-Kischung. Und du kennst, wie das mit ihm passiert? Wie? Pule-Sniper. Der Begriff hat einen Begriff in den Kopf. Er hat ihn da alles verletzt. Das war's. Das war's. Das war's. Der Sniper tut uns jedem eine Sekunde. Er ist immer mit einer Kuschel-Kuschel. Oder du wirst, wie der Biedniger, mit einer Kuschel-Kischung. Das war's. Das war's. Das war's. Du wirst wieder auf dem Radar angezeigt, Razor. Infrarot geht an, dass hinter dem Wasserfall ein Weg ist, den du benutzen kannst. Noch so? 攻 Remember ist der Biedniger Gliburg. In. Mit einer Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel-Kuschel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin froh, dass du nicht da war, aber alles andere mich nicht beherrscht. Ich empfehle dich, dass du mit dem Kopf hast. Der Böse verloren hat, dass du nicht mehr Geld verletzt hast. Nichts Verletzungen? Nichts Verletzungen? Nichts Verletzungen. Das bedeutet, dass wir uns nicht mehr bezahlen müssen. Du denkst, dass alles so schlecht ist? Ja. Und wenn die Zeit, wenn die Verletzungen mit seiner Person wird, dann werden wir aufhörst. Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt hier sein. Ich werde jetzt hier sein. Ich habe noch nicht gedacht. Ich habe noch nicht gedacht. Ich bin froh. Das ist für mich. Du coursesセット sie in den Rietepausschale und dann überrascht. Ich habe noch gar�атов wie viel Geldgut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.